Grüß euch! Ich bin das Christkind von der Ipsower Wirtschaft und wir haben heuer wieder unser Weihnachtsgewinnspiel, wobei man 3.000 Euro in Form von Ipsower Wiener kann. Jetzt geht es einfach in die Geschäfte, holt euch die Christbaum, die mit Kugeln befüllt werden müssen und ihr kriegt zu jedem Einkauf eine Kugel dazu, die pickt es rauf und dann gibt es bis 24. Dezember im Schuhhaus Geiräcker einfach an.